Kaum jemand lief sonst diese Strecke, doch traf man jetzt an jeder Ecke in diesen Tagen Menschen an, sogar Ausländer dann und wann, der ganze Erdkreis schien bewegt und jeder hat sich aufgeregt über die Launen des Augustus und dass nun jeder Mann dahin muss, wo er das Licht der Welt erblickt, das hielt man einfach für verrückt. Nach Tagen dann, wie sie so gehen, da bleibt unser Josef stehen. Er zeigt nach vorn mit seiner Hand, denn dort mitten im Weideland, da kann man plötzlich Häuser sehen. Hurra, wir sind in Bethlehem. Maria, sie die Häuser dort im Tal, das ist mein Heimatort. Mein Gott, ich kann's noch gar nicht fassen, als Kind hab ich das Dorf verlassen und es seitdem nicht mehr gesehen. Inzwischen ist hier viel geschehen, doch manches ist mir noch bekannt, das Feld, die Scheune dort am Rand. Wie bin ich froh, wir sind nun da, wir sind am Ziel. Halleluja!